Moin, willkommen zu einem neuen Video aus dem O-Game-Universum La Certa. Wir schreiben heute die 75. Woche und das sind dann 1,2919 Milliarden Punkte. Das ist jetzt genau 12 Millionen mehr als letzte Woche. Dazu muss ich aber auch sagen, dass ich ja quasi nichts gebaut habe. Also ich hatte die eine Metallmine fertig gehabt und habe dann aber nichts mehr gebaut, weil ich nämlich genug Deut habe, um das zu verwenden für meine Astro 28. Ich habe jetzt zweimal Metall in Chris umgewandelt. Das heißt, ich werde dieses Wochenende nochmal ordentlich Kristall farmen, nochmal Spiosonden schrotten und dann mal gucken, ob das reicht für die, ich glaube, 29 Millionen oder irgendwie sowas. Warte, Milliarden natürlich. Da. Ja, 29,2. Ich habe jetzt hier unten die 14, die habe ich, die 29 habe ich nicht, da fehlen noch 4. Und dann da oben, da fehlen dann auch nochmal 14,6 Milliarden Metall. Das heißt, einmal werde ich wahrscheinlich noch tauschen müssen, um Chris voll zu kriegen und dann Metall einfach nur noch sammeln und dann eben das dann durchklicken und dann geht es weiter in der Öko und dann die nächsten Metallminen bauen. Also da gibt es halt heute wirklich nicht viel. Wie gesagt, die eine Metallmine ist weiterhin die einzige, die ich habe. Ich habe nichts gebaut. Das Einzige, was ich noch gemacht habe, ist, ich habe meine Speicher erhöht. Also ein paar Punkte kamen durch den Speicher zusammen. Ich habe hier alle auf 17 erhöht, sodass ich auch da ein bisschen Metall liegen lassen kann, weil ich ja von allen Planeten Expos fliege und wenn der gute Metallfunde hatte, konnte das schon mal sein, dass da dann die Minen, Quatsch, die Lager voll waren. Jetzt habe ich die alle auf 17 erhöht und deswegen, das waren die einzigen Ökopunkte, die ich gemacht hatte. Expos werden natürlich weiterhin geflogen, wie eh und je. So schaut das aus. 190 gestern, heute bisher 106. Wollen wir mal gucken, was wir so erfarmt haben. Eine Milliarde Met, das ist jetzt noch nicht so doll. Ja, hier unten, das sieht schon ganz gut aus, aber es kann natürlich immer mehr werden. Deswegen ist das jetzt nicht so wild. So geht das dann weiter. Ja, das wird wahrscheinlich ein etwas kürzeres Video werden, aber zum Abschluss nochmal auf Infinity zu kommen. Also, Infinity hatte wohl ein Update bekommen. Wir schreiben jetzt hier die Version 2.4.2 und ich weiß nicht warum, aber auf meinem PC, ich benutze das ja auch auf dem Handy, auf dem PC muss ich diese ganzen Einstellungen, die hier drin sind, alle neu machen. Und ebenso muss ich auch die Einstellungen, die bei der Flotte gemacht werden muss, für die Expo-Flotte und auch für die Zusammenzieh-Flotte hier, auch das muss ich immer neu machen. Also hier den Planeten neu auswählen und dann besonders bei der Expo-Flotte hier dann auswählen, was ich denn für Flotten mitnehme. Auch das war immer weg gewesen. Das ist halt immer Quatsch. Das hier ist natürlich notwendig, um die Rotationen zu starten. Das ist das Kampfschiff, was ich mitnehme. Spios nehme ich mit und große Transporter. Neu ist natürlich seit einem Update von O-Game selber, dass man hier die Expeditionsflotte auswählen kann. Ich habe die hier jetzt schon mal 3514 genannt, weil das genau die Anzahl an GTs ist, die ich dann mitnehme, weil die ändert sich dann ja in Zukunft, wenn ich die Lebensformen der Expos weiter forsche. Das heißt, das werden dann irgendwann mehr GTs werden. Wenn ich die GT-Forschung mache, wird das vielleicht auch wieder weniger werden. Deswegen habe ich die jetzt erstmal so genannt. Das heißt, die ist jetzt genauso wie hier ausgewählt. Dann machen wir hier wieder 0. Und wenn ich die hier auswähle, äh Quatsch, das ist die. Ja, so. Muss ich erstmal wieder auf 0 gehen. So, und dann auf Expo. Dann erscheint die. Das ist dann richtig. Man kann das dann über die Galaxie, werden die dann verschickt. Das sieht jetzt hier unten so aus. Und somit würde man hier direkt die verschicken. Das mache ich jetzt natürlich nicht. Nicht, aber man müsste in jede Galaxie die einfach verschicken können von dem Planeten, der da ist. Ich habe keine Ahnung, wie das ist, wenn man da zwei Planeten drin hat. Dann wird er wahrscheinlich von dem Planeten losgeschickt werden, auf dem man gerade ist. Das ist natürlich ein bisschen doof, weil man immer darauf achten muss, von welchem verschickt er das nun. Und ich weiß auch nicht, wie das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel auf meinem Nachbarsystem bin. Also in 86. Wenn ich hier bin, welchen nimmt er denn dann? Also er nimmt die dann ja von UNO. Aber das ist ja schon doof. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Planeten hier in dem Nachbarsystem hätte. Also zum Beispiel kann ich ja hier, warte mal, auf 83 gehen. So, 83. Da habe ich einen Planeten, aber wenn ich die jetzt hier losschicke, müsste er ja eigentlich von UNO nehmen und nicht von 83. Aber das interessiert mich eigentlich nicht so sehr, denn ich werde weiterhin natürlich Infinity verwenden. Aber für die Leute, die das dann doch verwenden, ist das natürlich eine gute Idee, da man die Standardflotte nicht mehr verwendet und man muss die auch nicht mehr zusammenstellen einzeln. Also die vier Flottenteile oder sowas muss man jetzt nicht mehr einzeln anklicken und auch eine Anzahl reinschreiben, sondern das macht er jetzt automatisch. Das ist schon mal echt gut. Das ist das, was ja die Add-ons auch alle machen und das Einzige, was die Funktion halt nicht macht, ist das automatische Springen aus dem Flottenmenü heraus. Man muss das halt über das Galaxiemenü machen. Ich bleibe bei Infinity und kann dann hier draufklicken. Hier auch nochmal wichtig, dass man die Rotation hier mit anklickt. Denn dann, nur dann macht er das. Denn wenn du hier eins drin stehen hast, willst du ja, dass er rotiert. Wenn du das aber da unten nicht angeklickt hast, dann macht er das auch nicht. Bitte das nochmal beachten. Da hatte mich jemand angeschrieben, dass das im Handy nicht funktioniert. Also bitte das überprüfen. Ansonsten sind das meine Einstellungen, die funktionieren, indem man jetzt, wie gesagt, nur einmal da bleibt und dann vom Planet zu Planet springt. Gut, okay. Das war es erstmal. Ein bisschen kürzer. Keine sieben Minuten haben wir gleich. Und ja, das geht jetzt weiter. Wie gesagt, noch ein bisschen Metall und Chris-Farm, um dann eben Astro 28 durchzuklicken, um dann wiederum endlich schön Punkte in die Öko reinzustopfen. Öko sieht jetzt bei mir, also beziehungsweise die Übersicht bei mir sieht jetzt so aus. 56 Prozent sind in der Öko drin. Das wird noch mehr werden. Aber danach wird wahrscheinlich die Lebensform wieder aufwunden. Die Forscher natürlich auch Punkte machen. Das heißt, das wird alles ein bisschen wachsen. Aber so sieht das aus. Wie gesagt, die Spios, wo habe ich sie hier? 460.000 Spios. Die werden wahrscheinlich dann auch noch gekillt werden, bevor ich dann Metall nochmal in Kristall umwandle, um dann eben Astro 28 zu bezahlen. Danach werde ich dann auf Astro 29 gehen. Aber erstmal die Öko-Fertigmachung. Bei 29 werde ich dann auch Metallpakete verwenden, die ich jetzt bei 28 noch nicht verwende. Deswegen auch jetzt zwischendurch 28 klicken, weil ich da keine Metallpakete verwende. Ich baue ja gerade die 48er Minen, um eben dann die Metallpakete dann für das 29 zu verwenden, weil das ist dann schon wieder richtig teuer. Gut, okay, das war es dann erstmal soweit. Wer Bock hat, heute Nachmittag um 17 Uhr beginnt die Saison 31 von Diablo 3. Ich werde wahrscheinlich wieder am Start sein. Euch ein schönes Wochenende. Und bei Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge, alles in die Comments rein. Und bis demnächst. Tschüss.